Ich bin eigentlich als Aushilfe gekommen und habe die Digitalisierung vorgenommen von den ganzen Ordnern. Da habe ich glaube ich ein halbes Jahr für gebraucht und im Anschluss war eben die Frage, wie macht man weiter und dann habe ich eben noch mal eine Ausbildung gemacht. Ich bin der Sebastian, ich bin seit circa zwölf Jahren in der Steuerkanzlei, bin Steuerfachwirt und ich habe alle möglichen Aufgaben von Steuererklärungen, Jahresabschlüssen, Buchhaltungen und mache nebenbei noch die Betreuung von unserer EDV. Also wir sind ein Team, das sagt man glaube ich immer ganz gerne, aber bei uns stimmt es eben auch wirklich. Wir halten zusammen, wenn jemand mal nicht weiter weiß, dann weiß er, er kann immer zu einem Kollegen gehen oder einer Kollegin und dann hilft man sich gegenseitig weiter und findet dann immer die beste Lösung. Ja, also natürlich der Steuerberater ist jetzt sage ich mal, wer der next step, der immer noch in Aussicht ist, aber aktuell gefällt es mir als Steuerfachwirt auch sehr gut. 2 3 4 5 Untertitelung des ZDF, 2020